und damit herzlich willkommen zu diesem video hier auf meinem kanal ich bin es was glaube sondern heute eine weitere folge zu youtube live die adblocker nutzen nein ich verstehe warum leute adblocker nutzen das habe ich auch nicht zeitlang werbung ist so nervig das kotzt einem enorm an kann man halt nichts machen aber ja man soll natürlich schon auch immer im hinterkopf haben wenn man adblocker benutzt dass das demjenigen ersetzt große youtuber die sowieso werbung schalten das schadet ihnen deshalb muss man schon auch immer im kopf haben aber im endeffekt finde ich scheiße zu blockieren titel idee keine ahnung einfach kippen die auch wieder ein abletzten die gelöte zu die 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 einen ratschlag oh der geht nicht gut passt hat null egal ich mache noch mal diesen bei berater noch mal alter ja 1000 das dauert aber noch eine weise hat man befindet man kann genau wie hier steht schon mal naja ich habe das falsche angedrückt das kann man jetzt schon umziehen oder jedes zweites mal ist teuer aber dafür gute internet besseres internet arbeitsplätze 2 ach ja 30 k braucht man dafür dann haben wir wieder etwas geld dann ist die frage ich glaube wir machen einen kurs schnitt macht hier oder performance tonarbeitung ton bearbeiten dann aber der schnitt machen wir den kurs ich glaube das wäre noch mal eine gute sache zu machen event müssten wir vielleicht mal wieder machen ich frage jetzt was macht dieser kurs jetzt da ist es dafür gut kurs hat der schnitt für vor oha sind wir verkraften jetzt gehen wir erst noch mal arbeiten aber wenn wir nicht arbeiten gehen wir erst essen nach der gm arbeiten verkaufen zu neues spiel emotional ein anzocke video aber erst mal ein spiel kaufen fail aus muppet rose februar es ist neuer nehmen wir das hier ein preview muppet road preview bringt es Machen wir mal emotional, das muss ich mal ausprobieren. Ein verstecktes Eis, oder? Ein fachlicher Kommentar. Das bringt gerade gar nichts, weil es passt wieder 0. Ah, jetzt dauert das Rennen auch. Nein, das ist ja, Internet Speed. Sie ist natürlich jetzt gegangen. Ah, schade. Ah, das ist natürlich kaputt, Alter, der Scheiß. Machen wir superfood. Reparieren wir nur 10 Stunden, ja. Ich werde nachher arbeiten. Für gutes Geld. Ich kann save nochmal. Und klar, Gameplay machen wir viel. Die Gameplay nehmen wir Easy Cheesy auf. Gibt es auch keinen Titel, also ich habe keinen Titel verdient. Boah, wir sind da nicht mehr so viel. Ah, war schon müde, ne? Ich muss jetzt erstmal schlafen gehen, sonst wird das schwierig. Ich habe schon 10 Dollar mit dem ersten Video verdienen, also mit dem Video verdienen. Ich habe schon mal einen riesiger einen. Das ist hier unten, ne? Ja klar, zum Kino komme ich mal mit. Das sind die Events, die bräuchten wir mal. Das sind die Events, die bräuchten wir mal. Ich glaube, das ist mal nice. Ich glaube, das ist mal nice. Ich habe schon mal einen Lascenden Und an. Ja, das ist mir so gut. Schauspiel, ne? Ja, das war schon gar nicht. Ich habe schon mal diecken. Ja, ja. naja sie erst mal piep mal jawohl digga 1000 likes schon krass er muss auch mein tue sagen wir mal kollege alter machen wir für die presse posieren in 6.000 jeder typ steht einfach drinnen aber niemand kennt mich logisch kennt mich jeder aus der 6.000 für das erste und machen wir hier Kann man in der Zwischenzeit des Events was machen? Ey, Digga! Warten wir uns einfach, wir warten die Mute ab. Jetzt ist der Ton schon wieder weg, alle. Noch eine halbe Minute ist der Ton weg. Moin. Noch 20 Sekunden, Jungs. Ja, finde ich super, dass der Let's geht. Jetzt habe ich aber schon gleich das nächste Gameplay. Kann man ja gleich anfangen. Mach mal wieder den Guru. Warte einfach nur darauf, bis man was besseres hat. Warte einfach nur darauf, bis man was besseres hat. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, wartebn said. Passt mir aber Rkschle es ist schlecht das video läuft jetzt schon wieder scheiße aber man bekommt dafür noch mal ein bisschen geld das bedeutet man kann sich dafür noch meinen kugels gönnen ich glaube es ist gar nicht mal so eine schlechte idee da kann ich mal wieder machen wir den hier talent punkte haben wir jetzt eigentlich also 200 punkte erwartet noch ein bisschen das dritte davon ein vlog freigeschaltet gut dann machen wir noch mal hier das mappet teil können wir noch mal ein gameplay zu machen der guru vorschlag der muss so lange nichts vernünftiges haben muss so ein richtig krasse etwas sein warum wir emotional das hauptmenü so schön ist dass man in die trennen kommen also wütende kritik weil die prinzessin schon wieder entführt jungen ist so langweilig zusammenfassend des spiels philosophisch gemacht und man hat endlich mal ein autor machen okay das war's jetzt jetzt oben wenn auch so gut hier unten hier unten und das akzeptieren wie das ist natürlich jetzt neuer rekord jawohl ja ist gut alter macht doch wir gehen jetzt erstmal keine schicke hunde malochen für wenig geld jetzt endlich genug geld um und wir können hier ist ein 3d lobo gehen wir noch mal arbeiten 65 jahren noch mal 45 dann können uns ein update kaufen ich glaube das wäre sogar mal nett kann man sich ordentlich mal einen gönnen und zwar wir kaufen uns neuer pc neues tass eine geile neue cam einmal maloche noch dann kaufen uns auch noch mal ein neues mike neuer malochen jetzt sicher nicht jung dieser tisch geht mir auch auf den sack aber hart kann man schon da machen wir das gameplay zuerst bevor dass wir weiterhin upgrade das sind stöhne als habt ihr den gehört normal wir haben endlich mal eine normale auflösung endlich mal ein logo jetzt haben wir schon wieder intro machen philosophischer kommentar weil alles nicht zu geil geworden das ist natürlich lustige kritik auch noch mal ein lustiger kommentar weil wir sind ja heute alle so komedisch drauf und das echt spiel endet wenn neue software eine haben wir glaube ich noch nicht aber es läuft es sollte eigentlich ein richtig geiles video werden essen und dann täglich aber es ist ja schön dass du nach draußen gehst ich brauche unbedingt mal ein geiles outfit auch hier habe ich das spiel ich habe die z box nicht ich bin pc zocker ich habe auch immer noch kein geld für ich habe auch immer noch kein geld für hauptsache event erwartet müssen wir noch was teilen alter echt immer noch die beiden alter ich brauche aber mal was anderes oh das ist gar nicht mal so geil jetzt können wir arbeiten gehen für viel geld 65 ist natürlich logisch jetzt gehen wir weiterhin einkaufen weil wir wollten ja noch genau ich kann immer noch ein billiges spiel kann man immer noch kaufen scheiße es ist ja gar nicht beliebt egal wir haben erst 13. März das kommt wieder rein und sollte ich noch ein drittes ankommen genau wir gehen aber erst mal ne ach ich sag öffnen pinken gameplay versprochen jemand meinstimmig habe ein scheiß spiel gekauft alter nur für 20 mal knapp aber dann habe ich wenigstens jetzt die kohle rein da kann man irgendein vernünftiges spiel machen ach ja ein pool für die pust kann man immer wieder ein bis jetzt mit popfilter mit stereo dann haben wir endlich mal was vernünftiges natürlich das 3d intro lustige kritik immer gut natürlich ja so ist es aber so ist perfekt eigentlich hintergrundmusik und das war schon die beiden sollte eigentlich gut sein braucht kein straßenspiel auf das dann wenn ich es haben und das dann im online war heute keine partie ich möchte geld verdienen machen wir mal gleich ein gameplay zu dem ganzen spiel frisch ausgeruht geht weiter irgendwas habe keine ahnung brauche ich den gebrauchten das ist gar nichts genau die war hintergutmucke weiterfokus damit die vier glaubt das könnte sogar noch gut sein neuer rekord super natürlich reden ja klar mache ich kämpfe video ich sagte diese schlafen ist so nervig auch ein preview will dass ich mache eine winkende verabschiedung das ist doch schon mal mehr ja die z-box alter kann ich mir nicht leisten ich brauche eine bessere klickrate ich bin einfach die zeit haben wo ich genug geld verdiene um vernünftig spiele zocken zu können mich darauf zu fokussieren können ohne arbeiten zu müssen aber gleichzeitig halt genug geld verdienen ja passt halt null ist egal denn es ist ja trotzdem eines der besten videos to date wir gehen aber erst einkaufen und mein lieber oha oh fuck ich hab keine kohle mehr kohle mehr verbrannt kohle mehr verbrannt dann wird das ja ein hit das sage ich euch jawohl welches spiel ist das mysterious bobsled kann man das so kaufen man ist ein bobsletter das habe ich ja das habe ich ja sogar nicht habe ich das okay jetzt wollte ich schon gerade anfangen egal ich weiß gerade auch gar nicht drücke auf irgendwas weil egal 11 von 5 höhe das ist ein bisschen schlecht neue talentpunkt haben wir natürlich casual ich mache es einfach so und sollte das in ordnung sein und ist sogar wieder ein neuer rekord das ist jetzt soweit mega habe ich jetzt was neues freigeschaltet nein habe ich nicht wenn ich hier auf den kanal gehe ich bin halt immer noch der schlechte insgesamt habe ich nur 125 verdient das ist gar nicht mal so gut aber hier 19 habe ich nicht mit diesem video das ist mega da ist gleich das nächste geile video so muss das ja sein man kann ja immer kommentare moderieren alles klar fällt mir jetzt auch erst ein ich habe zwar keine ahnung wie ich das jetzt am besten machen wir noch mal das mvp haben wir noch nicht gehabt neu versteckt das item da wäre jetzt immer die winkel der verabschiedung sieben jahren ja noch mal interesse mit für das ganz schnell rausballen hat das video ich hätte es eher kaufen müssen akzeptiere ich jetzt nicht aber egal 24 haben wir schon damit verdient das ist ein jetz machen wir jetzt nicht wieso moderationsstrafe machen wir färben also bringt gleich auch nix aber hauptsache mit dem geld wenn es nicht im geld läuft dann läuft auch wenn ihr lustig kommentar ein ratschlag ein fachlicher kommentar und eine winkende farbschecke das ist blöd dass es hier nur so geht aber das geht etwas besser kann man in den rändern akzeptieren und das weniger interesse das ist blöd mit dem markt der kraft kann man ja ordentlich geld verdienen ordentlich kann man noch mal arbeiten noch mal 555 es dafür können wir uns ein puls würde ich sagen kino ist gut kann man gleich auch noch mal untergeben in den kurs ich werde jetzt mit niemandem sprechen ich will einfach nur das hier fertig die kennen wir ja von nikos oft an erfen gegen die ja komm geht wenn der frau 100 150 als das ist viel wir haben ja der von sogar abuzahe schon mehr als verdoppelt also er sich schon mal sehr gut nach vorne eine neue nachricht habe ich endlich mal was neues nein natürlich nicht kann man gleich eine zweite nachricht hinterher da sind wir wieder sehr glücklich und dann nehmen wir noch gleich das gameplay auf weil für geld mache ich alles der klassiker bin zwar schon tot aber egal man hat ja genug noch einigermaßen fünft fünft kurz haben wir hier noch das gameplay währenddessen gehen wir hier noch mal was essen warte noch bis das video ankommt um zu gucken wie gut unser video ankommt perfekt, ja gut, kommt nicht so geil an, aber spielt keine allzu große Rolle warten wir noch bis das video fertig ist, kann man noch schlafen und noch ein paar mal arbeiten natürlich geben wir auf die veranstaltung ist immer gut ja das ist gut kann man noch mal arbeiten noch mal 65 das ist natürlich perfekt weil da können wir uns ein bisschen auf das video spiele spielen konzentrieren jetzt haben wir auf jeden fall vorgesorgt ein wenig so viel bekommen ja noch und natürlich machen wir das ja noch 500 ist es nicht so und das machen wir dann aber im nächsten part oder warten wir machen wir jetzt machen wir jetzt bin ich gerade drin und man kann automatisch wohl automatisch das ist glaube ich nicht so geil oh wir sind müde gehen wir jetzt haben wir noch 4 übel, können wir ja 2-2 machen ach egal jetzt ist er todmüde zum zum teil alter ja da muss ja aber auch labern ich gehe jetzt sicher nicht auf der Presse stehen weil das ist schlafen gehen das ist blöd der soll jetzt schlafen gehen dafür steht er vor der Tür, Digga Oh Neuer Rekord von vor fast 400 Na Hackfresse, jo Das haben wir kein Event geplant Jetzt haben wir hier aber noch mal Geld bekommen für Review Jetzt haben wir sogar wieder noch Geld dazu bekommen Warten wir noch bis das Video endet und dann In der Zwischenzeit kann man noch ein bisschen Geld verdienen Jetzt haben wir ja schon tausend Stutz Also im nächsten Park gibt es auf jeden Fall einen Kurs Und Wir pushen Unsere YouTube Karriere wegen der Folge würde ich sagen Also mit 1100 Aber wir haben Geld was wir ausgeben können Plus wir brauchen nur 4 Videos um Unseren Haushalt Haushaltskosten zu begleiten Deshalb Ja würde ich sagen sieht das schon mal nicht schlecht aus Und Dann Kommentare noch moderieren Und Dann würde ich sagen Wenn euch dieses Video gefallen hat dann lässt Einen Daumen hoch dann und abonniert den Kanal Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal Und Tschau 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 Tschau